Batterie ist alle, na gut, brauchen wir ein bisschen hin und her, das sollte reichen, so, Würmer töten, Viecher töten, oh ich sehe da oben noch ein paar Würmer, also die drohen nicht wirklich unsere Basis, aber ich mache sie trotzdem weg. Ich weiß nicht, wie die Dynamik ist, also vielleicht gibt es hier einen Scout Biter, der loszieht und guckt, wenn der dann was ordentliches findet, dann kommt ein Trupp Setzling Biter, die dann die Grundlage für eine Basis setzen und dann kommen Würmer oder kommen Würmer random, keine Ahnung, aber ich denke mal weg machen ist immer eine gute Idee. Da, du weg, du weg, du weg, ist hier oben noch irgendwo eine Basis, da sind neue Würmer, nö, wir sind doch eh schon viel zu weit oben, dann würden sie hier eher angreifen und nicht da unten. Okay, also ab nach Hause, rein, rein, von Robotern befüllen lassen und Schienen bauen, ganz viele Schienen bauen. Also gucke ich mal, ob irgendwo noch Steine rumliegen. Jo, gib mir Stahl, mehr Stahl. Ganz viel Money, sehr gut. Da unten sind Akkus. Oh ja, warte mal, ich habe mal einen Stack Akkus, das ist schick. So, und mehr Strommasten. Und, ne, die lichte lasse ich drin. Das war die Kiste, die dafür da ist, dass, falls unsere Basis eingeriffen wird, sie schnell ersetzt werden kann, ne? Die Logistikkisten haben noch Platz, ich sehe nirgendwo Steine. Das ist schade. Ich sehe keine hellblauen Tränke mehr. Das ist nicht so gut, woran hapert's? An Batterien. Ja, gut, kann ich jetzt nicht ändern. Wie schaut's sonst mit Ressourcen aus? Wir haben 14.000 Kupferplatten, das reicht erstmal. Wir haben nur noch 5.000 Eisenplatten, das waren eben gerade noch 7.500. Aber wir haben kein Erz über. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Du weg. Du weg. Das ganze Erz muss jetzt auch noch abgebaut werden, das kommen wir nicht hinterher. Du. Dun, 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 dun. Äh, haben wir noch mehr davon? Ich hab noch die schnellen. Ja, nee, die wollte ich eigentlich auch bewahren. So, dun, 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 dun. Dann. Äh, eigentlich müssten die vor den Splitter, ne? Ja. Bomb weg. Äh. Du da ran. Jetzt haben wir schon mal 3 mehr davon. Dich nehmen wir weg und setzen wir dafür weiter nach hinten. So, das ist eine kleine Eisenerzspritze. Ich hoffe mal, das hilft ein wenig, um das aufzufangen. Du hast es jetzt nicht gut. Du weg. Du da hinten. Habt ihr alle Strom? Ja, schaut gut aus. Nur ich komm hier nicht mehr raus. Okay. So. Hm, hab ich Steine bekommen? Nö. Kein Stein. Okay, wo ist unser Ste... Kohle ist weg. Wie viel Kohle haben wir im System? Nix. Da ist man... grad mal ein paar Folgen unterwegs und tötet Aliens und so. Und schon passiert so ein ganzer Humbug hier. Also. Kohle. Alles muss eingesammelt werden. So, und die brauchen alle ihre Kiste, 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 Kiste. Ich brauche mehr Kisten. Zwei Kisten noch. Kiste, Kiste. Okay. Kohle haben wir auch wieder gesichert. Hier. Ich hab ganz viele Kupferplatten. Ihr wollt kein Eisen haben. Ihr schon habt trotzdem nichts zu tun. Also ich musste die nicht mal umstellen. Das ist schon okay. Plastik ist für rote Chips. Rote Chips haben wir. Blaue Chips haben wir nicht. Brauchen blaue Chips direkt auch Plastik. Nö. Okay. Dann kann ich das hier wieder umstellen. Das heißt, jetzt bekommen... Ihr bekommt kein Zeug ab. Sondern Schwefel bekommt wieder Zeug ab. Wir wieder Schwefelsäure bekommen. Wir wieder Batterien bekommen. So, Steine. Ich wollte eigentlich nur Steine haben. Im Notfall stelle ich mich mit der Spitzhacke an. So einen Steinhaufen und hau da drauf. Solange wir noch Steine haben. Höchstwahrscheinlich nicht, aber... Frustriert genug bin ich dafür. Vier Steine. Komm her. Warum seid ihr alle aus? Die sehen aus, aus. Die laufen nicht. Äh. Was? Ähm. Was ist hier los? Warum arbeiten die nicht? Also die Solarzellen scheinen alle wuppen zu können, aber... Das ist komisch. Wasser ist drin. Temperatur ist auf 100. Kohle ist drin. Aber die wollen nicht. Das ist sehr komisch hier. Du willst Steine. Stein. Da ist Stein. Das machen wir anders. Du. Dahin. Du da. Weg. Du dahin. So. Du gibst jetzt anderen Leuten Steine. Haben wir noch irgendwo ein Stein vorkommen? Leicht zu erreichen. Das Stein vorkommen. Das da könnte Stein sein. Äh. Ja. Es ist auch Stein. Warum wird das hier nicht abgeholt? Weil es nicht im Roboport Reich war. Geil. Geil. Mitkommen. 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 Ähm. Ja. Ist jetzt aber nicht noch ein Roboport hier in die Ecke. Das könnt ihr knicken. Ich werde allerdings dann einfach so machen. Dann baue ich noch eine Kiste davon. Baue ich hier noch ein Ärmchen hin. So. Kiste. In die Kiste schmeiße ich jetzt die Steine. Das mache ich leer. Das schmeiße ich. Das. Das schmeiße ich da rein. Dich baue ich ab. Dich baue ich da hin. Jetzt müsste ich für meine privaten Sachen genug haben. Richtig. Jetzt fehlt Stahl. Okay. Ähm. Also privat habe ich jetzt genug Steine. Werden die gleich wieder Stahl geliefert bekommen. Und im System müssen jetzt nachher noch auch genug Steine wieder auftauchen. Für ein paar Folgen zumindest. Das ist soweit gut. Was noch? Ähm. Nichts. Ich müsste mir jetzt einfach nur irgendwo. Danke. Ich müsste mir nur irgendwo noch mehr Stahl klauen. Damit ich unten nicht nachher meckere, dass ich keinen Stahl dabei habe. Und dann können wir wieder runter. Hier zum Beispiel. Zack. 200 schießt mich tot Stahl. Wie sieht es aus mit Lila trinken? Haben wir ein paar Vorrat. Okay. Ähm. Ich schmeiße die Hälfte mal rein. Denn das ist gut. Das hängt jetzt echt nur am Öl. Ja. Ich gucke mir das nicht nochmal an. Das Elend muss ich mir nicht anschauen. Haben wir hier wenigstens ein bisschen was hergestellt. Drei Speed Module. Wow. Wow. Wir brauchen 100. was er hat. Äh. Äh. Gut. Okay. Wir rennen runter. Sichern Öl 2. Und dann wird alles wieder gut. Alles wird gut. So. Also. Irgendwie den Schienen. Ich war kurz irritiert wegen den rosa Punkten da. Aber die haben wir ja. Ne? Schon eingesagt. Da drüben sind noch zwei. Stopp. Die zapfe ich auch nochmal kurz an. Warum haben wir das vorher nicht gemacht? Die sind doch so nah dran. Hier irgendwo. Kann nichts sehen, weil es dunkel ist. Irgendwo hier sollte. Da. Zwei schöne Öl vorkommen. 111% und 84. Nicht die Welt. Aber der Anfang. So. Die bekommen jetzt ein paar Solarzellen. Bumm. Boom, 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 boom. Die bekommen. Strommast. So. Haben nicht genug. Das ist okay. Normale Rohre. Bau, 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 bau. Da. Verbinde dich, verbinde dich. und befülle ich hier irgendwo eine fabrik eine normale fabrik macht crude barrels da eingangs oben strom kriegst du aus einem komisch gestellten dingens da so und er nimmt ein ärmchen da ist raus anders erinnigt da was rein jetzt bräuchte nur ein robot der theoretisch dazwischen ist das klappt aber nicht okay dann fließbänder das ist jetzt nur ein patchwork ding ich will jetzt nur die zwei fällen da zugänglich machen um sie schnell auf 0,1 runter zu bringen und dann können wir sie eigentlich ignorieren wobei 0,2 sind 0,2 sind 0,2 ne oh viel besser sorry wir machen das ganze einfach unterirdisch da da unterirdisch wups und wir schließen das einfach an unsere anlage unten an knick knick an die da runter runter hier wieder ein knick ich hoffe mal die aliens beißen nicht in rohre rein aber das öl müsste eigentlich schnell genug abgepumpt werden also ok mist so so rum müsste das eigentlich klappen warum meckerst du weil du keine munition hast ok du darfst abgebaut werden so zu die dinge haben jetzt aber keinen schutz das ist ein problem also brauchen wir hier außenrum noch strom 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 dann komme ich hier die schütze hin abstand und noch eine reihe zwei drei die werden sowas von nicht reichen aber gut ja haben jetzt schon strom probleme da so und jetzt hoffe ich einfach mal dass von unten links nichts angreift sonst haben wir ein problem ich habe schon wieder komische sticks hier rumliegen kann ich das nicht auf den boden schmeißen doch ich konnte es nicht auf den boden schmeißen aber ich weiß nicht mehr wie das ist doof da so platz energie hier energie da mehr Amber von Join und Vielen Dank.